Bein ist eine Musikgruppe, die 1971 in der DDR gegründet wurde. Ihre Musik bewegt sich zwischen Folklore, Klassik, Jazz und Rock. Der Meditat-IW-Charakter der überwiegend rein instrumentalen Kompositionen soll die Fantasie der Zuhörer anregen. Aus diesem Grund wurde auch auf aussagekräftige Titel für die Stücke verzichtet. Viele von ihnen tragen allgemeine Namen wie Svite oder Nocturne. Bein spielt mit wechselnden Besetzungen, wobei der harte Kern aus dem Gründungsmitglied Christoph Teussner und Zornitet besteht.